Miau! 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 Wenn ich über Mut reden will, kommt zur Fotokarte angelaufen. Eigentlich wollte ich sagen, Mut tut gut. Mut tut gut. Und warum das mit Selbstliebe zu tun hat, erzähle ich dir in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Rotopia. Schön, dass du dabei bist. Ja, Mut und Selbstliebe, wie haben die bitte miteinander zu tun? Und zwar ist es so, dass oftmals angenommen wird, dass man sich eigentlich nur selbst lieben kann, wenn man so richtig selbstbewusst ist. Wer selbstbewusst durch Leben geht, dann kann man sich auch selber lieben, weil dann findet man sich ja auch so toll. Aber vor dem Selbstbewusstsein kommt erstmal Mut. Zum Beispiel der Mut, sich mit dir auseinanderzusetzen. Und wenn du diesen Mut hast, dann kommt dadurch das Selbstbewusstsein. Dann kommt dadurch auch der Selbstwert, weil du dir selbst zeigst, dass du wert bist, von dir selbst betrachtet zu werden. Und so entsteht dann Selbstwürde. Was du sonst noch machen kannst, ist, dass du einfach Dinge ausprobierst, vor denen du Angst hast. Das heißt nicht, dass du jetzt etwas hernehmen musst, vor dem du furchtbar Angst hast, das extrem gefährlich ist und du das in der wildesten aller Variationen ausprobierst. Sondern es heißt, dass du kleine Schritte machst in Richtung dorthin, wo du dich fürchtest. Zum Beispiel habe ich mit 18 den Motorradführerschein gemacht, um dann nie wieder Motorrad oder Roller oder Mofa oder irgendwas zweirädriges mit Motor zu fahren. Rad schon, Fahrrad ja, Auto ja, Roller nein. Und vor kurzem war ich dann in Thailand auf einer Insel, wo du ohne Roller so gut wie nirgendwo hinkommst. Und habe dann mich dazu überwunden, doch so ein Ding zu mieten. Und ich habe so Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, dass ich ausschaue wie der letzte Depp, dass ich einen Unfall habe, dass ich das Ding kaputt mache. Also alles, was passieren kann, ist durch meinen Kopf durchgegangen. Aber mir war es wichtiger, dass ich doch noch von A nach B zurückkomme und nicht nur auf einem Punkt sitze. Und daher habe ich mich überwunden und angefangen Roller zu fahren. Und zuerst haben mich tatsächlich auch Radfahrer überholt. Aber ich bin trotzdem weitergefahren, so langsam es auch war. Ich bin mir ziemlich blöd vorgekommen in solchen Momenten, aber bin weitergefahren. Und dann kam der erste Hügel und rauffahren ist ja kein Problem. Nur irgendwann bin ich draufgekommen, da muss ich jetzt wieder runterfahren und dann ist die Panik angestiegen. Und ich bin so langsam, da wäre ich zu Fuß wahrscheinlich schneller gewesen, runtergefahren. Und habe mir die ganze Zeit gesagt, du machst das so gut, ich bin so stolz auf dich. Du bist so mutig, du machst das super. Und dann war ich auch so stolz auf mich. Ich habe mich so gefreut. Und genauso wie es dir ging, wenn du etwas probierst, vor dem du Angst hast. Und du bekommst dann so einen Endorphin-Adrenalin-Rausch, wenn du das gemacht hast, vor dem du dich gefürchtet hast, dass du es möglicherweise gleich nochmal machen willst. Und dann hast du gar nicht mehr so viel Mut, aber schon mehr Selbstbewusstsein. Und dadurch bekommst du mehr Selbstwert. Und dadurch steigt deine Selbstliebe. Der zweite Punkt ist, falls du dann etwas doch nicht tust, mach dich deswegen nicht fertig. Überleg stattdessen lieber, was deine Werte sind. Vielleicht ist dir etwas anderes einfach wichtiger. So steigt dann dein Selbstwert und im Endeffekt auch wieder deine Selbstliebe. Wenn du dann also deine Mutwurmen gemacht hast und bei anderen Dingen den Wert erkannt hast, der dir stattdessen wichtiger ist, dann lass den Rest los. Und erinnere dich daran, dass du nicht deine Gedanken bist. Du bist nicht diese Stimme im Kopf, die dir sagt, du loser du, du hast dich ja nicht mal getraut Roller zu fahren. Oder, haha, schau dich mal an, wie der letzte Depp. Oder, du bist es nicht wert, du bist nicht geliebt, du wirst nie geliebt werden und überhaupt und so fort. Mir fallen jetzt gar nicht mehr Sachen ein, ich bin so in meiner Selbstliebe. Ich habe schon so lange nicht zugehört, ich weiß nicht, was der so sagt. Doch, ich weiß es ja wohl. Du bist es nicht wert, dass sich irgendjemand deine Videos anschaut. Deine Fotos sind schlechter als die von allen anderen. Das Essen, das du zubereitest, ist eigentlich nicht besonders toll, wenn man vergleicht mit Sterneköchen. Und außerdem solltest du schon längst dieses Haus mit dem Hund haben. Und weiters hast du keine dunklen Locken, sondern blonde Haare und überhaupt bist du nicht schön. Und deine Aussprache ist unverständlich und dein Dialekt ist lächerlich. Und ja, du bringst keinen geraden Satz raus. Eigentlich kannst du das Ganze gleich abbrechen. Und diese Stimme bist nicht du. Das ist ganz hinten drinnen ein kleines Arschloch, das versucht dich fertig zu machen. Und dieses Arschloch möchtest du doch bitte nicht gewinnen lassen. Also, hör auf das, was sich gut anfühlt. Und wenn du Angst hast, dass du dann dich auf diesem Gutfühlpolster ausruhst und nur noch zu einem vollen Sack gehst, glaub mir, das wirst du nicht. Wir motivieren uns viel besser, indem wir uns loben, indem wir lieb zu uns sind. Genauso wie bei kleinen Kindern. Das habe ich schon in einem anderen Video gesagt. Sei lieb zu dir. Und du wirst weiterkommen, als du es ihr gedacht hast. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen, dich weitergebracht, dich vielleicht auch unterhalten. Ein Gefällt mir würde mich wahnsinnig freuen, ebenso wenn du meinen Kanal abonnierst oder auch einen Kommentar hinterlässt, was du zuletzt für eine Mutprobe bestanden hast oder wo du zuletzt gesagt hast, nein, eigentlich ist mir etwas anderes wichtiger. Kommentier unterhalten. Auch wenn du Ideen hast, was ich als nächstes besprechen könnte, schreib das gleich dazu. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Sei lieb zu dir. Und bis zum nächsten Mal bei Rotopia. Ciao. 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 Ciao.